Ja, liebe Viktorianer, es geht auf Weihnachten zu. Zeit vielleicht, um mal das letzte halbe Jahr aus meiner Sicht zu beleuchten. Wir haben diese Fusion erlebt. Wir haben erlebt, dass wir gute Nachwuchsmannschaften haben, die sich toll erschlagen, wenn ich an unsere U19 denke. Ich denke an die U17. Wir haben im Herrenbereich einen soliden Eindruck hinterlassen in der Regionalliga. Natürlich sind die Dinge noch besser zu machen, aber wir sind ja am Anfang unseres Weges und um den zu erreichen, müssen wir alle gesund bleiben und in dem Sinne frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.